Anjanipava Asana, auch genannt Anjayipavasana, ist die Stellung von Anjanipava, die Bezeichnung eines großen Yogis. Svenja, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Im Sitzen bringe den linken Fuß unter das rechte Knie und den rechten Fuß unter das linke Knie. Die Knie ruhen also jeweils auf den Füßen. Indem du so sitzt, kannst du längere Zeit bequem sitzen. Das ist eine der Sitzhaltungen für die Meditation, eine Variation von Sukhasana, eben für Menschen, die flexibel sind und wenn sie die Knie auf den Boden geben, dabei nach einer Weile Knieprobleme spüren. Oder auch für Menschen, die, wenn sie den normalen Sukhasana üben würden, ein Knie irgendwo zu weit unten haben, kannst du die Füße direkt unter die Knie geben und so können die Knie gut ruhen. Und diese Stellung ist also eine Variation von Sukhasana und genannt nach einem Meister namens Anjanipava. Probiere es mal aus, in dieser Stellung zu meditieren. Auch dadurch, dass ein Fuß das andere Knie berührt, hat es auch eine gewisse Wirkung auf den Geist. Auch Füße und Knie haben Chakras, Energiezentren. Und wenn du Fuß unter Knie gibst, hat das eine gewisse Wirkung auf deinen Pranazustand. Probiere es aus und schreib es vielleicht mal auf der Yoga Vidya Facebook-Gruppe, wie dir Anjanipava in die Meditation verhilft. Mehr Informationen über alle Sitzhaltungen für die Meditation auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga Vidya App.